Oh, ich muss spielen drücken. Ups, wie dumm. Okay, hallo, Mauszeiger? Hallo, wir spielen Skyrim. Falls das nicht eindeutig genug war. As always, habe ich vergessen, was ich gerade tue, wie die Steuerung funktioniert. Ja, ich weiß nur, dass Lydia wieder diesen beängstigenden Helm aufhat, der einfach nur in meine Seele und auch in andere Orte reinschaut. Ich geh mal raus. Okay. Ähm, ich bin in Riverwood, it appears. Okay, na, ich will das nicht. Ich weiß nicht, warum ich mir die Karte da weggehe. Ah, mit VHSD. Okay, lass mal gucken. Oh, ich kann eine Legende erforschen. Die verbotene Legende. Oh, okay, whatever the fuck this is, we're doing it. Wo ist das? Wo muss ich hin? Hier, in Riften. Da gehen wir jetzt hin. Spaß. Ich muss ja mal gucken, mit dem Mentor. Och, ich bin gar nicht mal so beladen. Warum bin ich so arm? Vielleicht war ich gerade das Haus gekauft. Ah, wann habe ich denn das Haus gekauft? Ich habe viele Fragen. Check yourself right. Buy armor from Karelka. Ach so, ich dachte, sie redet über Verhütung. Na gut. Wait, is this the thing? Oh, voll romantisch hier. Okay, kein Bock drauf. Tschüss. La, 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 die Bitche. Bro, wo muss ich denn hin? Ach, zur Diebesgilde. Der Weg zur Diebesgilde. Er ist verwirrend. Und ich hasse ihn. Ah, ah, was, warum? Wer ist das? Get lost. Man hat einfach immer shit mit irgendjemand am Laufen in Skyrim. I swear to God. War das hier? I don't think I have to go here. Or do I? Die Confusion is confused. Ach doch. Uh, Navigation. Hallo. We kill the man. Ich muss ganz woanders hin. Okay, schön war es, Diebesgilde. Nicht, kann ich hier überhaupt raus fast travel? Nee, ne? Uuuh, was ist das hier für ein ekliger Keller? Bin schon wieder falsch gelaufen, ne? Ich riech das doch. Äh, warum sieht das alles so gleich aus? Lydia, nicht in die Fallen reinlaufen. Dum, dum, dum. Komm hier lang? Oder war, ja, das ist der richtige Weg. Hab, 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 hab. Da war kein Dovi. Putting the Dovi in Dovakin. Jetzt kommen wir raus. Oh, huge. Done. Jetzt können wir uns porten. Komm, wir gehen mal zu diesem Fort Snowhawk. Whatever the fort this is. Oh, ich bin im Questgebiet. Muss ich da rein? Aber ich will nicht. Das ist bestimmt wieder gruselig. Ich bin 100% unfit to play Skyrim. Ich esse etwas zart, bitter Kokos. Oh, gleich mal. Oh, ah, voll gesmashed, man. The fuck? Die sind wieder so ritzel, so Wale und so. Muss ich überhaupt... Nice talk. Hallo. Lauter so tote Brä ist hier. Ah, der kann ja zaubern. Hörst du wohl auf. Die sind ja bewaffnet. Ah, geh weg. Tschüss. Hä? Ah! Bruh. Diese Gemeinis mit den Fallen. Ich weiß nicht, ob Lydia das schafft. Schafft die das? Lebt die überhaupt noch? Ich weiß nicht, wo sie ist, aber na gut. Erst mal hier gucken. Hi, na? Dana's Wallen. Notes, Magiker. Okay, jetzt müssen wir die Notes lesen. So viel Text. The Archmage Goldur was revered throughout the North. Wisdom, Wealth, Honor and Power were his. Smothered by his shadow, Goldur's three sons grew cruel and resentful. Oh, die hatten Daddy-Issus. I will be the one to reclaim it. I must have it. I must have my precious. Okay, sussy. Look where that got you. Okay, was? Was machen wir jetzt? Geh ich jetzt weg? Wo muss ich hin? Was ist los? Warum komm ich da nicht lang? Muss ich ein Rätsel lösen? Oh, ich muss jetzt all diesen toten Söhnen hinterher rennen und deren Teil von diesem Goldur-Amulet finden. Aber wie geht das? Oh nein, Lydia. Lydia! Deswegen kann die nicht rein. So sorry, my girl. Okay, jetzt muss ich Rätsel lösen, oder was? Ach, scheiße. Das hier wurde schon gelöst, right? Muss ich hier irgendwie? Oh! 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 Look at me being smart for 30 seconds. Straight, honey. Jungs! Oh, hell, you bitch. I want to something, man. I can fail it. Gold, lockpick. Was ist das alles, was da drin ist? Ich dachte, ich habe jetzt das Rätsel gelöst. Was ist denn so ein Scheiß? Ah! Tschüss, Lydia. War schön mit dir. Das sieht doch aus wie so eine Tür. Guck mal. Vielleicht muss ich ja da runter schwimmen. Oh, wer hat denn das Amulet? Hallo? Oh mein Gott, das ist Keyhole. Guten Tag. What? Beepo, ba, ba, ba. Oh, I'm not ready to fight a bitch. Hat sie mich gerade von hinten besnipert mit ihrem Pfeil? Alter, ich habe einen Arrow in meiner Schaul, bitch. Oh, Geschenke. Lydia, sollst du nicht immer einfach hinterherrennen? Hast du kein eigenes Gehirn? Don't fuck you! Pleased to meet you. Ja, mach du mal, Lydia. Hast du sehr gut. Okay, wo geht es hier lang? Was ist das? Keller? Abteil? What a bitch, man auf uns. Ich gehe jetzt erst mal auf Fernkampf. Ciao. Tja, das war wohl nichts. So. Hi. Look at us. Wegen a Power Couple. Oh, warum? Lydia! Warum ist hier Kampfmusik? Howdy jetzt einfach alle. Tschüss, Silchen. Wen feiert sie da? Du machst das schon, Girlie. Vollst du das Vertrauen in dich oder auch nicht? Wo bist du? Ja,jecto. Mo testament. P dysphotisch. Tja, Kohler ist auf dem VPN. 룸 ? oder auch nicht wahr estrut, oder aberяните colours,